Jo Leute, was geht ab? Hier haben wir einen Lamborghini Urus von Novitec. Der Kanal ist auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Wie gesagt, warum schauen wir uns den Lamborghini Urus an? Erstmal zu krasses Auto, das ist so geil, das ist mein absoluter Traumwagen. Ich höre das zu heftig, das Ding kostet auch, weiß das nicht, 300.000. Ist einfach krank die Karre. Und Farid Bang hat sich einen gegönnt und in seinem neuen Musikvideo gehabt. Deswegen habe ich mir mal gedacht, gönnen wir uns auf jeden Fall mal einen kleinen Soundcheck hier von Novitec. Und da würde ich auch nicht länger rumfackeln. Das Ganze hat eine stabile Bewertung. 60 Leuten gefällt das nicht. Warum? Keine Ahnung. Hört mal sagen, let's go. Heftig. In schwarz gefällt er mir auch so krass. Also das ist ein krankes Auto. Es ist einfach ein krankes Auto. Felgen passen auch, finde ich. Zu geil. In schwarz würde ich die wahrscheinlich noch mehr feiern, wenn die jetzt in schwarz wären. Genauso auch die Endrohrblenden, wenn die in schwarz sind. Wäre schon geil. Ja, aber ist schon krass. 300.000. 300.000. Das ist nicht normal. 1.000 euros. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. 2.000. Das ist nicht normal. Täảo lon-ientel. 3.000. 4.000. 4.000. 5.000. 5.000. so das ist geil aber ich denke da kann man auf jeden fall noch was machen denke ich mal und dann wird es ein brutales biest aber ich schon mal schon mal geil das ist krank das auto das ist einfach krank also das auto ist echt krank ganz ehrlich absoluter traum war einfach krank